So, jetzt sind wir hier gelandet. Gucken, ob die Tür aufgeht. Wahrscheinlich nicht. Nein, natürlich nicht. Aber zum Glück hast du dein Boot geschrottet und kommst dann damit da hoch. Müsste das nicht eigentlich glitschig sein? Das war doch vorher im Wasser. Hm, naja. Ich habe eigentlich keine Lust, nass zu werden. Vielleicht kann man das Wasser hier irgendwie ablassen. Oh, du Heulsuse, hast du keine Lust, nass zu werden? Oh. Noch ein Ring. Seltsam. Dieser hier sieht ganz neu aus. Ja, der hält uns ja für den Mörder. Die Tür ist verschlossen. Was heißt, er hält uns nicht für den Mörder. Wir haben ihn angegriffen und jetzt versucht, er es so hinzustellen, als wären wir der Mörder. Ach, mein Lieblingsrätsel. Juhu. Ich finde es so toll. Es ist einfach sehr toll. Es sieht so ekelhaft aus. Ich weiß, dass das nur Öl ist, aber es sieht ekelhaft aus. Übelst ekelhaft. So, das Ding ist voll. Aber es ist sehr unnötig, dann so viel Öl wegzuschütten. Kostet das kein Geld oder fließt das dann wieder in den Tank zurück? So, das müssen wir wegschütten. So, jetzt sollen wir das nochmal füllen. Das ergibt keinen Sinn. Naja, vielleicht auch doch. Ich weiß es nicht. Na, doch, das könnte hinkommen. Das passt sogar. Perfekt. So, jetzt läuft das Wasser ab. Ja, und die Schüsse, was ist damit? Wir können doch jetzt nicht einfach da rausgehen wieder. Naja. Doch, geht ja. Na gut. Dann scheint Skalnic ja keine Lust mehr zu haben, uns zu verfolgen. So, jetzt wirst du nicht nass. Das ist doch schon mal was. Oh, du bist aber ganz schön stark. Und runter mit dir. Und runter mit dir. Und runter mit dir. Ja. 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 Ist das hier noch irgendwas? Ach ja. Sehr schön. Das ist auch nett. Ich sollte mal zwischendurch vielleicht... Geh nochmal zurück. Wo sind wir denn herge... Ach so. Geh nochmal weg. So, wo sollen wir denn jetzt hin? Naja. Ist da wohl richtig? Wir müssen ja dahin, wo es leuchtet. So wie ich das verstanden habe. Oh Mann. Nein, ich glaube, das ist falsch. Boah, wer findet sowas? Ja, bleib an der Wand hängen. Boah, wer findet sowas? Hm, lecker. Ja, und er fasst da einfach mal so rein. Ist hier sonst nichts? Nö. Anscheinend nicht. Mann, jetzt müssen wir den ganzen blöden Weg wieder zurück. Weiß den noch einer? Ich nicht. Naja. Vielleicht geht's ja. Achso, da geht's nicht weiter. Ja, ha. Auch nicht schlecht. Doch, das sieht aber gut aus. So, hier sind wir reingekommen, aber wir müssen ja noch da oben hin. Ist das richtig? Ne, wahrscheinlich nicht. Ah, das sieht besser aus. Ja, viel besser sogar. Oh nein. Nein. Ganz toll. Wie zum Henker ging das nochmal? Ja, ich glaube das war... So, wo muss der rein? Da? Hm. Ich weiß es nicht. Ach, meine Nase geht mir heute auch schon die ganze Zeit auf die Nerven. Ja, schön. Ja, jetzt gehst du aber trotzdem da nicht rein, wo du rein sollst. Immer noch nicht. Jetzt? Nein. Ach, Mensch. Was ist das für eine Scheiße? Das ist doch blöd. Ach so, ich Idiot. Der sollte da rein. Der sollte da rein. Drehst du den jetzt nochmal? Ah, okay. Wenigstens hast du es so gemacht wie der, umso besser. Nein. So. Der soll da hin. So. Da hin. So, der soll da hin. Jetzt haben wir es doch. Da noch. Der da hin. Jetzt soll der da hin. Na, Gott sei Dank, haben wir das doch auch schon mal. Jetzt kommt das. Da noch. Untertitelung. BR 2018 Ich muss mich konzentrieren, deswegen sage ich jetzt mal nichts. Okay, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Okay. 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 Geschafft.